Ja, schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen heute zur Brisanz-Sendung am Dienstag. Und das große Thema, klar, fahre Bahn und du kommst niemals an. Könnte man heute so ein bisschen zynisch sagen. Die Lokführer-Gewerkschaft macht ernst. Ab Donnerstag vier Tage Streik bei der Bahn. Wie wurde das heute aufgenommen? Das ist ein großes Thema für uns. Später in der Sendung. Erst einmal aber sind wir vor Gericht. Denn unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen begann heute in Berlin der größte Prozess gegen eine Rocker-Vereinigung in Deutschland. Immer wieder ein großes Thema, das Thema Pflege. Die finanziellen Lücken in der Pflege und die Auswirkungen, darüber wird immer wieder gesprochen. Was erwartet uns im Alter? Wer sorgt dann für uns? Und der Aufschrei, der ist immer dann groß, wenn es in der Pflege zu Skandalen kommt. Das sind Einzelfälle, über die wir da reden. Aber sie sprechen eben doch oft für Fehler im ganzen System. Und darüber ist heute auch wieder zu reden. Der nächste Streik, er kommt. Stehst du schon oder fährst du noch Deutsche Bahn? Bisschen zynisch, aber so könnte man es heute sagen. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL macht tatsächlich ernst und hat den nächsten Streik nun also angekündigt. Für den Personenverkehr geht es los ab übermorgen. Ja, worum geht es dabei wirklich? Inzwischen wenden sich immer mehr Lokführer vom Kurs ihres Gewerkschaftsbosses ab. Und bei uns spricht morgen einer, der uns mal erklärt, warum er das tut, warum er da nicht mitgeht. Also dazu dann morgen mehr. So, jetzt schauen wir weiter zur Polizei. Denn die spanische Polizei geht ganz neue, ganz interessante Wege, um das verstaubte Image der Polizei ein bisschen aufzubässen. Ja, dass es doch Grenzen gibt bei diesem Thema, dafür sorgt dann wiederum die Natur. Es gibt nämlich Zahlen und die belegen, dass nicht mal die Hälfte der Frauen, die sich solche eingefrorenen Zellen später einpflanzen lassen, am Ende dann auch ein gesundes Kind auf die Welt bringen können. So, jetzt wird brisant prominent. Wir kommen zu dem heißesten Eisen der deutschen Fernsehunterhaltung, Florian Silbereisen, da ist er. Also gleich, ein Moment noch. Wir hatten es ja fast geahnt, ein Feuerwerk der guten Laune zu sein, also Florian Silbereisen zu sein, das ist nicht nur ein Spaß, das kann auch mal anstrengend sein. Auch wenn einen Millionen um Helene Fischer beneiden, das ist auch klar. Aber er hat auch ein straffes Programm, bald geht er nämlich auf ganz große Tour. Wenn Udo Jürgens recht hat und das Leben geht mit 66 erst so richtig los, dann sind Matthias Habig und Dietrich Mattausch jetzt gerade in der allerbesten Phase. Die Frage ist ja so ein bisschen, wofür? Um sich neu zu verlieben, vielleicht Lotto zu spielen und endlich Millionär zu werden. Man könnte auch aus dem Seniorenheim flüchten oder sich in einen Mann verlieben. Passiert alles in ihrem neuen Film, der Lust macht aufs Leben. Ja, und viele sind heute wahrscheinlich schon gedanklich beim nächsten Lokführerstreik bei der Bahn. Das ist morgen nochmal Thema, da spricht bei uns ein Lokführer, der uns erklärt, warum er beim Streik nicht mitmacht. Auch eine spannende Seite dazu morgen und jetzt wünschen wir Ihnen einen ganz schönen Abend. Tschüss.